Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr schon seht, es dreht sich hier um Geschenke, nämlich die weiteren von 2022. Ein bisschen Süßigkeiten, eine Pratose, ein paar Unterhosen, ein paar Plätzchen haben wir zunächst. Dann hier eine Tastatur, die Farben wechseln soll, laut der Verpackung. Nämlich 14 mal, dann sehr ungewöhnlich, weil ich das zuletzt als Kind geschenkt bekommen habe, Nettwäsche. Und hier ebenfalls ein paar Bratwürste. Und damit sage ich mal, bitte like dennoch das Video, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video.